Hallo, Noah Tommen mein Name. Willkommen auf Late Jurassic. Auf diesem Kanal drehe ich Videos mit meiner Modelleisenbahn, angelehnt an Thomas die kleine Lokomotive. Man könnte sagen, mein Kanal ist von einem Thomas-Fan für Thomas-Fans oder Modelleisenbahn-Fans generell. Nun, wichtig ist, wenn ich Thomas-Fan sage, meine ich keine kleinen Kinder, sondern die Teenager und erwachsenen Thomas-Fans. Ja, uns gibt es in Massen. Deshalb achte ich nicht bei allen Videos darauf, dass kleine Kinder sich verstehen können und versuche auch nicht unbedingt mit meiner Ausdrucksweise und Themen immer im kinderfreundlichen Bereich zu bleiben, nur damit das gesagt ist. Sind Sie also ein Elternteil, das einem kleinen Kind Thomas-Video zeigen will, dann ist dieser Kanal nicht unbedingt das Richtige für Sie. Aber bist du einer der älteren Thomas-Fans oder interessierst dich für Modelleisenbahnen oder meine Techniken, wie ich mit ihnen Geschichten erzähle und verfilme, dann herzlich willkommen und genieße den Aufenthalt. Wenn du mehr Informationen über meine Modelleisenbahn-Serie lesen willst, sie hat ein eigenes Wiki. Besteht auch Interesse an mir als Person, so habe ich einen Zweitkanal, Allosaurus, auf dem ich auch über andere Themen als Thomas und Modellbau rede.